Hallo und herzlich willkommen bei KSL Ultimate. Mit Pasi. Ja. Ne, Pasi spielt nicht mit, aber Pasi ist ein Hasi. Aber, äh, vergiss mir das. Hasi ist das Hasi. Er ist also indirekt bei uns. Ist er sowieso immer. Ja. So. Dann sagt mir doch jetzt mal, was wir mit unserem Energieproblem machen. Hasi. Achso, keine Ahnung. Mit was? Mit Dingen. Wir müssen eine gemeinsame Emulsion finden. Wir können einen Nuklearreaktor bauen. Nein. Kann man die wegporten? Hm. Ja, und da wir das nicht in der Aufnahme testen wollen, müssen wir das im Singleplayer testen. Also ist das jetzt eine, keine Option. Eine keine Option. Eine keine Option. Karten, hilf mir mal. Mit was kann man denn noch Strom erzeugen? Man kann Zeug verbrennen. Das tun wir bereits. Man kann, äh, Lava verbrennen. Mehrzeug verbrennen. Das tun wir auch bereits. Und man kann auch mehr Lava verbrennen. Man kann also mehr, mehr, aber... Also mehr. Stimmt, ich sollte vielleicht mal nach der Lava-Reserve gucken. Ich war nämlich schon lange nicht mehr drüben und hab geguckt, wie weit der jetzt schon gepumpt hat. Ach du Scheiße. Okay. Wie tief... Ich brenne ja nicht, ne? Nein. Das ist jetzt noch... Warte, 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 ich hätte einen Scanner. Okay, cool. Einen Scanner? Achso, den Scanner. Mhm. Einen Scanner. Dam, dam, dam. Da musst du mir dann eh noch zeigen, wie das Zeug funktioniert, weil das hab ich so rum noch nie benutzt. Aber andersrum. Ja, das Alte kenn ich halt. Das ist eigentlich nicht so schwer. Früher musstest du ja die Rezepte merken, um die Dinge einzustellen. Jetzt nimmst du halt den Scanner, schmeißt es da rein und er merkt sich das dann. Du kriegst einfach nur drauf, das willst du haben und dann macht er das. Und das macht er dann aus der, äh, aus Juju-Meter, aus der Flüssigkeit. Aus der Soße. Aus der Soße. Richtig. Richtig. Der Lilian-Soße. Der Pink. An sich nicht so schwer. Ja, dann guck ich doch mal kurz. Ich muss unten nochmal Metal-Former anbringen. Haben wir da überhaupt noch Platz für? Ja. Notfalls wird Platz gemacht. Richtig. Da eh alles unterirdisch ist, pfff, ist doch keiner. Hat einer von euch irgendwo schon mal eine Ölquelle gesehen? Ja. Wo? In der Wüste. Bei uns da drüben, die Wüste? Äh, die im Westen, ja. Äh, ist eine ziemlich große, weil das noch, wir haben ja die, die Biomes of Plenty erst danach implementiert. Implementiert, sag ich schon. Da hinten ist was Schwarzes. Wir haben es selber implementiert. Naja, wir hatten die Welt schon erstellt, aber Biomes of Plenty hat noch nicht funktioniert. Und das haben wir dann umgestellt und da hinten gibt es diese schönen Schankgrenzen, aber da ist noch Öl. Nein, das ist kein Öl, das ist kein... Aua, auch verdammt. Löll, das muss Öl sein. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber... Nein, ich meinte was anderes. Ich hab grad Sludge gefunden. Ja, nee, das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Warte mal, soll ich mal einen Haufen Eimer mitnehmen und ich schick's dir? Ach shit, das ist... Nee, wenn, dann würde ich's eh anders machen. Aber wieso, wenn's im Liquid-System ist, dann hast du's doch gleich. Nee, ich würd's abpumpen. Direkt. Ja, aber dann muss da hinten eine Maschine stehen, das heißt, da hinten muss ein, ein, ein... Richtig? Wir haben ohnehin schon Lags. Wir haben verdammte Lags. Ja, wir brauchen nicht noch mehr Lags. Das ist Minecraft. Was? Das ist Minecraft. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, Karten. Ja und, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Ich bin ja unten beschäftigt. Es gibt kein Minecraft ohne Lags. Doch. Wer was anderes behauptet, der lügt. Ich lüge nicht. Und doch. Es geht. Du, ich hab'n gescheiten PC hier. Sollte eigentlich alles flüssig laufen, aber der Server ist halt so... Crack. Nee, da hinten war das Öl, glaub ich. Das ist jetzt Öl, oder ist das Latsch? Das schimmert so ein bisschen bläulich. Das Öl ist das nicht. Bring'n noch mal rein? Nein. Das macht Aua. Bring'n noch mal rein. Nee, die Seen brauchst du gar nicht erst schauen. Ich meine wirklich etwas Fließendes. Ja, es gibt auch Öl sehen. Die gibt's auch... Ah, da, warte mal, da ist Öl. Yay. So, gucken wir doch mal. Das ist Sludge. Ach nee, scheiße, das ist keine Quelle. Das ist einfach nur ein bisschen Öl. Fuck. Block. Das ist auch Sludge. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist was explodiert? Nein, da war die Aura. Ach, das hier war die Aura. Ja. Gigantisch, ja? Wahnsinn. Die hatte eine Menge Zeit, sich auszubereiten. Äh. Nee, hier. Hier. Ja, das ist aber keine Quelle. Das sind ganz viele Quellblöcke. Ja, aber eine Quelle geht normalerweise runter bis auf den Boden. Und da unten ist dann auch mal eine Blase. Hey, da ist ein Village? Ja. Da hinten war ich ja noch nie. Äh, fuck, ich brauch mal kurz ein Händchen von dir. Was brauchst du? Ein Händchen. Verdammt, kommst du mal bitte her zum Öl? Was tust du? Ich hab die Hände voll. Und meine Ender-Pouch ist nicht da. Ach, du willst das jetzt mit... Warum denn? Hab ich schon. Nein, du sollst mal bitte das Lavendel in das System schmeißen, das ich dabei habe. Ach so, äh... Schmeiß mir zu. Äh, warte. Da. Da. Da ist ganz viel. Aber warte mal, das kannst du bitte auch mal kurz reinschmeißen. Also dieses und das und das und das. Danke. Noch was? Noch ein paar Eimer? Also diese? Sie bewirft mich mit Öleimern. So, also sämtliche Eimer, das waren zwei Steak-Eimer. Und guck mal, wie viel Öl da immer noch ist. Mhm. Mhm. Nuss kehrt zurück, lehr das Öl aus, spiel mir die Eimer wieder und so weiter und so fort. Äh, ich sage gleich, das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht? Lass mal die Quelle da, ich such mal noch einen anderen. Und dann pumpe ich das Rockzuck ab. So, ich bin schneller. Ähm... Brauche ich nicht auf den Pack? Verdammt, ich hätte mir auch einen Open-Blocks-Tank mitnehmen können und den füllen und dann... Naja, okay. Junkladefehler! Oh, das ist eine Mine. Das ist ein Backpack. Da ist eine Ölquelle! Wusste ich doch, dass hier noch eine ist. Gucken, wie groß die ist. Bann! Gut an! Hui! Reist du mir bitte ein, ein Open-Block-Tank in... Das ist eine große! Ja, wie geil! In's, in's, äh... Ah, Dings. Ich nehme jetzt trotzdem das Öl hier mit. Das lassen wir nicht verkommen. Oh, geil, das ist eine ganz große, da baue ich eine Pumpe hin. Die ist schon alleine. Die, die ist schon alleine! Das dran. Dankeschön! Alleine. Was ist denn das denn? Dann mache ich mir hier mal kurz ein... Ups, wie ging das nochmal mit Plus, gell? Ah, ich bin so die neue Map gewohnt. Hm. So. Dann brauche ich einen Endertank, eine Pumpe. Um, bum, 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 bum. Ups. Ah, jetzt. Komm her. Wo bist du? Da. Hä? Woran verzweifelst du denn gerade, Karten? Wenn das Ding nicht gecraftet wird... ...Tint plate, obwohl der Metalformer frei ist. Das ist... Ich musste auch zwei, drei Sachen komplett neu starten, weil die... ...weil der einfach nicht angefangen hat. Immer noch IC, Leute. Ja, aber... ...wenn du es einmal startest, sollte er doch damit anfangen. Nochmal. Templates machen wir mal mehr. Vielleicht nimmt er das dann auf. Schau mal kurz drunter. Ich kann so nicht arbeiten. Aber hallo. No, jetzt. Jetzt geht. Warum? Was ist denn das für ein Kack gerade schon wieder? Hat der Strom auch, der Mittelformer? Hö, jetzt hat's gemacht. Plötzlich war alles da. Ja, das ist alles Taco. Das ist alles Taco. Gut, ich brauche eine Pumpe. Wenn ich schon mal hier bin, soll ich gleich wieder ein bisschen Sand farmen? Und die Sands? Sand haben wir knapp zu 100 gerade. Ja. Heißt ja. Was wollte ich jetzt eigentlich nachschauen? Import, was ist das? Wird das einfach ein Diamant oder warum macht? Jetzt wird wirklich ein Diamant. Oh, wie mich das System gerade aufregt. Weil ich keine Ahnung habe, ob es jetzt was tut oder nicht. Also lockst du das mit der Pumpe, ist sehr optimistisch. Was, wieso? Weil ich glaube, wir haben keine Rezepte für Iron Key und Eisenpicking. Ich weiß, die mache ich gerade. Achso. Ich mache immer das oberste und schaue dann, was ihm fehlt. Das wüsste ich auch gerne bei meinem. Nimm doch, Carden, nimm dir doch den Crafting Monitor mit runter, schnell. Wieso? Hä? Was soll ich mit runter nehmen? Dann siehst du den Crafting Monitor mit nach unten nehmen. Ja, es steht ja nix dran. Soda. Ja. Du hast du vielleicht schon einen Diamanten gefunden. Ich bin ja schon lange nicht mehr in Twilight. Achso. Ich dachte, es werden immer wieder Diamanten gemacht. Ich habe gerade einen Auftrag gegeben. Was, was für ein, was für ein Bass brauchst du? Import Bass. Welchen? Ein Fuzzy. Wäre besser, ja. Ja. Okay. Ich muss, Moment. Äh, Falsch. Wo ist denn der das Diamantrezept? Der, die das Diamantrezept? Der, die das Diamantrezept. Ist überhaupt noch Kohle da? Aber du würdest auch wenigstens anzeigen, Missing Cole oder so. Warte mal. Ist immer noch IC-Rezept. Äh, hier stimmt grad was nicht, Kaden. Das ist richtig. Äh, klick mal die Rezepte beim ME-System durch. Also hier unten beim Crafting-System. Ich seh da kein Diamant-Rezept. Weil die Seite 3 ist zum Beispiel, äh, komisch halb voll. Kann es sein, dass bei dem Umbau ein paar Rezepte verloren gegangen sind? Ich hab keinen Provider kaputt gemacht, also nein. Ich seh nämlich kein Diamant-Rezept. Das ist richtig. Warte mal, äh, resetten wir das Ganze doch kurz. Zack. Ja, du hast recht, warum ist der Seite 3 nur halb gefüllt? Ich seh immer noch kein Diamant-Rezept. Wir haben jetzt ein Rezept dazu. Ja, aber das müsste er dann anzeigen, wenn ihm das Rezept fehlt. Also irgendwas ist da grad... Kann es vielleicht sein, dass man die Dinger... Ja, nein. Ne, das passt schon. Weil ich weiß, warum Seite 3 nur halt gefüllt ist. Weil... Weil... Weil es jetzt größer ist. Weil es jetzt größer ist und das Neue, dass er zugekommen ist, anscheinend als Seite 3 gezählt wird oder nicht als Seite 5. Ja, aber trotzdem fehlt das Diamant-Rezept. Das ist trotzdem richtig, ja. Aber da er sagt, dass es ihm nicht fehlt, muss es ja drin sein irgendwie. Kann es sein, dass man wirklich... Warte mal, warum suchen wir überhaupt hier nach dem Diamanten-Rezept? Das muss hier im Kompressor drin sein. Weil ich das letzte... Der letzte Arbeitsschritt für den Diamanten ist nämlich komprimieren. Demnach dürfte der... Achso, stimmt, ja. Deswegen sollte das gar nicht da drin sein. Warte, das Diamant-Rezept ist aber im Kompressor drin. Ah, ich weiß, warum. Ich sehe das mit Diamant-Rezept. Weil da was drin war im Kompressor oben. Ich hab's grad gemerkt. Ich hab's geklaut. Warum war da oben... Hä? Weiß nicht, warum denn? Nee, ich hab' den Drast vor allem. Wann ist irgendwo was drin, was nicht so da sein sollte? Nee, das passt. Mit Kohle hergestellt. Ja, und da sind jetzt alle leer. Und unten zufällig? Weil das hatte ich... Stimmt, das hatte ich nämlich schon mal mit dem Dachschnittsmärter. Das, was drin war und noch drin war, und das er mich hergestellt hat. Die Rolling-Maschinen verbraucht ja dauerhaft Strom. Echt? Ja. Ja. So, ja. Wirst du die nicht mal irgendwie abschalten? Kann man die abschalten? Ja. Weiß nicht. Letzten-Signal wahrscheinlich. Abbauen. Löffer. Abbauen. So. Oder so. Abbauen und nach oben setzen. Läuft. Wollten wir nicht mal einen Winter tüten? So für Neverstar? Ich hab' doch schon drei getötet insgesamt. Haben wir Neverstars? Ich hab' mal Neverstars für euch gesammelt. Ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt. Sorry, hier ist noch einer drin. Ich werd narrisch. Ich muss mal kurz zaubern. Wir fahren. Oder-Shot. Quicksilver. Neverquards. Erd-Shot. Oder-Shot. Ach du Scheiße. Level Hirn. Und Russi. Was zur Hölle treibst du da? Ich will zaubern. Ja, das hab' ich schon verstanden. Aber was zur Hölle? Wie willst du davor zaubern? Ich will dieses Warding-Fokus mal machen. Ah. Gutamen. Das war nämlich in Red... Hier, in diesem Ding war das drin. Hier, in diesem Ding war das drin. Achtung, Kaden, nicht erschrecken. Hinter dir steht was. Was steht hinter mir? James? Hä? Was steht hinter mir? Da dran. Ach ne, das... Hä? Du standst doch gerade hier. Halt, Moment. Nein, ich wohne. Ja? Im, ähm... Alchemisten-Dings waren Scrapboxen. Ja? Warum? Weil das billige Energiequelle ist. Kohle ist wichtiger als Scrapboxen. Darum. Okay. Ja. Wenn du das so sagst. Ja, weil du zur Herstellung von Kohle mehr Energie brauchst als zur Herstellung von Scrap. Ja. Zur Herstellung von Kohle? Moment. Kohle kann man herstellen? Ja, klar. Ja. Ja. Der Messerate ist zu langsam. Der ist zu langsam. Jetzt habe ich da schon Upgrades drin am Ende. Ja, aber die Upgrades sind zu viel für den. Der kommt im Strom nicht hinterher. Und dann... 4, 4, 8. Das ist ja das Problem. Den habe ich jetzt hier stehen? 8. Perfekt. Was ist denn der Reaktant-Dynamo? Äh... Requires solid fuel and solid Reaktant, okay? Mhm. Wie weit ist denn der Stier-Dings-Döns-Gedöns? Das kommt noch. Oh! Ha! 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 Verdammt! Genau, falschrum! Jetzt ab! Noch mal! Ich weiß eigentlich nur, dass mein blöder Diamant hier fertig wird! Silber Order! Dings, Dings! Alles klar! Okay, also... Okay. Also Dings... 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 von vorne. Dings, Dings und Diss und Bumens. Alles klar. Mal was anderes währenddessen. Iron-Item-Casing brauche ich. Er macht fleißig Tutamen voll. Boah, scheiße, er macht das voll. Halt, halt. Nein. Oh nein. Oh scheiße. Oh man. Oh shit. Habe ich noch Worten, Joss? Perfekt. Und Labels, und Labels. Ich brauche mal wieder. Haben wir noch einen Roadway? Bestimmt, oder? Ja, ein paar sind noch drin. Man sollte auch Road noch richtig schreiben. Roat. Ja, ich war zu schnell und habe Raut geschrieben. Okay, zum D bin ich in mir gekommen. Haben wir noch Hirn? Paper hat Hirn. Wo ist denn das Hirn? Ach, ich brauche Hirn. Was zaubert, diese Rauta da? Das habe ich auch schon gefragt. Warden. Warden-Fokus. Immer noch. Was willst du denn sprengsicher machen? Unser Haus. Einfach alles, alles Warden machen. Echt. Ist aber scheiße, dann kannst du keine Schalter mehr platzieren und so weiter. Okay, und wie funktioniert das eigentlich dann? Mit dem Zauberstab, oder wie? Rechtsklick. Rechtsklick mit dem Zauberstab. Ja, und dann ist es worden. Loh. Ich zeig's dir, wenn ich denn dann fertig bin. Okay, cool. Das würde ich sowieso für unseren... Ach nee, scheiß, das geht ja nicht. Für unseren? Ach nee, da kann man ja nichts mehr draufbauen, oder wie? Äh, doch, klar. Teilweise. Wo ist die Einschränkung? Ich weiß es nicht genau. Keine Schalter, Fackeln gehen zum Beispiel. Äh, als ich, äh, auf dem Infinity-Stream das versucht habe, sind die Fackeln immer wieder runtergeploppt. Okay. Na gut, also manches geht, manches halt nicht. Pech. Brauchen wir halt Panels noch. Oder sowas, was wir... Okay, okay. So, äh, genau. Hirn, Tutamen, falsches Ding. Was brauche ich? Ach, STFU. Terra, Ordo, Cognitio und Tutamen. Kann es sein, dass wir kaum Energie haben? Wir haben kaum Energie. Genug. Genug. Kaden, ähm, kannst du mir vom Keller unten, neben den Biofuel-Generatoren, hängen Zellen an der Wand. Kannst du mir davon eine abbauen und in die Liste schmeißen? Baut ihr schon wieder ab. Ist nur eine Leadsong, sind nur Leadsong-Zellen, aber eine davon bräuchte ich. Wollen, was wollen sie? In, in die Tasche. Nein, ne. Das aus, mir rein. Danke. Bitte. Es regnet. Okay, ich zauber. So, der zaubert. Ach, Terra zieht der gleich von da? Das ist ja auch gut. It's magic. So, die rechte Seite ist Output. Zack, zack. It's magic. Einschalten. So, fängt der jetzt gleich mit dem... Ach, das geht ja wieder nicht. Grrrr. Kaden. Oh, ja. Äh, ich bräuchte nochmal, äh, ein paar Conduits. Oder? Weil Zelle an Pumpe geht ja nicht mehr. Oder geht nicht. Welche willst du? Leadstone Harden oder direkt die Redstone? Die großen. Wie viele? Äh, gib mir aber fünf Stück. Welche Falbe? Was? Egal. Welche Farbe? Welche Falbe? Also, ich kenne nur, welche Schweine dann hätten es denn gern? Jetzt nicht, Michael Mittermeier. Wie, wie, wie hieß denn die Show? Yay! Ob er das gesagt hat. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hab ein Bordenfokus. Yay! Und da oben ist Flux an der Decke. Nicht, yay! Ja, sowas kann schon mal passieren. Ist ja immerhin auch, äh, relativ gefährlich. Relativ? Relativ tief. Relativ. So halb Moderate stand dran, also. So wie das Folgenende. Ach, keine Ahnung, das ist ein Gefolge gerade. Was gibt es? Nochmal. Schreit es. Schreit es. Schreit es. Wir schreien auf jeden Fall jetzt ins Folgenende. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ciao.